So macht man ein erfrischendes Hamamelis-Gesichtswasser. Ich zeige, wie es geht. Man braucht Hamamelis-Wasser, destilliertes Wasser und Kamillentinktur. Das Hamamelis-Wasser und das destillierte Wasser werden zusammengekippt. Dann tropft man die Kamillentinktur in die Mischung. Kurz umrühren und das Gesichtswasser ist fertig. Jetzt kann man es in eine Flasche umfüllen, am besten in eine Sprühflasche. Um das Gesichtswasser anzuwenden, sprüht man es sich bei geschlossenen Augen ins Gesicht. Trocknen lassen oder mit einem Kosmetiktuch abtrocknen. Nun sollte man das Gesichtswasser noch beschriften. Gutes gelingen Gutes gelingen